Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definition der relativen Häufigkeit kennen, du solltest außerdem gut mit der Bruchrechnung vertraut sein und du solltest zwischen Bruch, Dezimalzahl und Prozentsatz wechseln können. Unser Ziel für dieses Video wird sein, das Rechnen mit relativen Anteilen zu wiederholen. Wenn du dich an deine Volksschulzeit erinnerst, dann weißt du vielleicht noch, dass damals eine Division mit Rest durchgeführt würde. Immer dann, wenn sich bei einer Division das Ergebnis nicht schön ausgeht, also das heißt, wenn das Ergebnis keine ganze Zahl ist, dann schreiben wir ein ganzzahliges Ergebnis hin und den dazugehörigen ganzzahligen Rest. Damit du dir besser vorstellen kannst, was ich meine, gebe ich dir ein kurzes Beispiel. Hier die Rechnung 3 geteilt durch 8. Das Problem ist, dass der Divisor, also 8, größer ist als der Dividend 3. Wenn wir also die Frage stellen, wie oft passt 8 in 3 hinein, dann erhalten wir in diesem Fall die Antwort gar nicht und schreiben das Ergebnis gleich 0. Der Rest, der nicht geteilt wurde und übrig bleibt, steht dann unten. In diesem Fall ist das 3. Und dann schreiben wir 3 Rest. Glücklicherweise haben wir im Laufe der Schulmathematik bereits andere Sachen freigeschaltet, mit der wir diese Rechnung bearbeiten können. Und jetzt kommen wir wieder zu den Brüchen, Dezimalzahlen und Prozentsätzen, mit denen wir in den vergangenen Videos auch schon mehrmals zu tun gehabt haben. Ein Bruch steht auch für eine Division. Wir könnten also uns ein wenig Arbeit sparen und einfach sagen, die Rechnung 3 geteilt durch 8 ergibt den Bruch 3 Achtel. Das Ergebnis ist schon genauer, es ist in diesem Fall nur keine ganze Zahl. Dann haben wir auch 0 Rest. Wir wissen außerdem, dass wir den Bruch als Dezimalzahl oder als Prozentsatz angeben können. In diesem Fall wären das 0,375 oder als Prozentsatz 37,5. Alle diese Varianten sagen uns aus, wie hoch der relative Anteil der Zahl an der anderen Zahl ist. Jetzt schauen wir uns die 5. Box auf dem Arbeitsblatt an. Wie rechnet man 3 Achtel von 120 aus? Armin erinnert sich. 1 Achtel von 120 ist 120 geteilt durch 8, also 120 Achtel. Das ergibt 15. Also sind 3 Achtel von 120 das Dreifache, nämlich gleich 3 mal 15 und das ergibt 45. Armin hat in diesem Fall zwei Schritte durchlaufen. Zuerst rechnet er aus, wie groß ein Baustein ist, also in diesem Fall 1 Achtel. Dazu teilt er 120 durch 8 und schreibt das gleich als Bruch auf. Wir können das auch aufteilen, indem wir 120 mal 1 Achtel rechnen. Denn immer dann, wenn wir eine Division durchführen, ist das eigentlich eine Multiplikation mit dem Kehrwert der Zahl. Das heißt, der 8er wandert in diesem Fall in den Nenner. Ich schreibe das deswegen so auf, weil wir jetzt gleich den zweiten Schritt dranhängen, und zwar die Multiplikation mit 3. 120 mal 1 Achtel, der erste Schritt, mal 3. Hier kommt der zweite Schritt dazu. Hier haben wir eine Rechenkette, die durch Malpunkte verbunden ist. Wir können das Ganze also abkürzen, indem wir den 3er gleich hier in den Zähler hinauf multiplizieren. Dann steht kürzer da, 120 mal 3 Achtel. Wenn wir jetzt doch noch die beiden Faktoren Platz tauschen lassen, dann kommen wir zu folgendem Merksatz. Diese Abkürzung merken wir uns. 3 Achtel von 120 ergibt in mathematischer Sprache 3 Achtel mal 120. Das Ganze funktioniert auch, wenn wir das mit der Decimaldarstellung oder mit der Prozentsatzdarstellung rechnen. Das ist auch hier rechts unten in der Box angegeben. Genauso sind 37,5% von 120 auch 37,5% mal 120. Vermutlich hat dein Taschenrechner eine Taste, mit der du Prozent angeben kannst. Wenn das aber nicht der Fall ist, musst du aufpassen, denn wenn du rechnest 37,5% mal 120, dann musst du das als Bruch eingeben. Das heißt, du schreibst 37,5, also den Prozentsatz in den Zähler und in den Nenner 100. Das liegt daran, dass Prozent pro 100 bedeutet. Daher steht der Hunderter im Nenner. Hier haben wir eine Kommazahl im Zähler stehen. Für den Fall, dass das stört, können wir das auch erweitern auf 375 Tausendstel mit der Stellenwertverschiebung. Jetzt schauen wir uns noch an, wie das Ganze mit der relativen Häufigkeit zusammenhängt. Ich habe hier noch einmal die Formel für die relative Häufigkeit eingeblendet. Pausiere jetzt kurz das Video und stelle die Formel so um, dass du eine Formel für die absolute Häufigkeit groß hi erhältst. Überlege dir außerdem, was das Ganze mit der Abkürzung aus der Box zu tun hat. Die Auflösung gibt es gleich. Ich hoffe, du hast da deine Ergebnisse notiert. Nun schauen wir uns an, wie wir von der Formel für die relative Häufigkeit zu einer Formel für die absolute Häufigkeit kommen. Damit das n hier aus dem Nenner auf die linke Seite wandert, multiplizieren wir mit n. Nachdem wir das gemacht haben, steht da klein hi mal n ergibt groß hi. Die Formel für groß hi, also für die absolute Häufigkeit, haben wir damit gefunden. Jetzt schauen wir uns an, was das mit der Abkürzung zu tun hat. Hier ist ja der relative Anteil multipliziert mit einer Zahl. Das ist in diesem Fall die Grundgesamtheit und das, was herauskommt, das war bei dem Beispiel 45, ist dann der absolute Anteil. Hier haben wir die relative Häufigkeit, das ist unser relativer Anteil, multipliziert mit der Anzahl aller Werte, das ist die Grundgesamtheit und das ergibt die absolute Häufigkeit, das ist der absolute Anteil. Das war es dann auch schon wieder für dieses Video. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.